Die Fahne sind eine Gruppe von Gefäßsporenpflanzen, die die Schwestergruppe der Samenpflanzen bilden. Die Fahne umfassen alle Gefäßsporenpflanzen exklusive der Bärla-Pflanzen. Somit zählen zu ihnen die Schachtelhalme, die Gabelblattgewächse, die Natanzungengewächse, die Maratschisee und die echten Fahne. Sie werden häufig als Monilophyten bezeichnet. Die Bezeichnungen Monilophyta oder Monilophormopsis sind jedoch keine gültigen Taxonbezeichnungen. Es gibt weltweit rund 12.000 Arten. In Europa sind etwa 171 Arten, in Mitteleuropa etwa 101 Arten beheimatet. Geschichte Im Karbon bildeten Fahne zusammen mit Schachtelhalmen und Bärlapppflanzen riesige Wälder und schufen die Basis für die heutigen Steinkohlevorkommen. Die ältesten fossilen Funde stammen aus dem unteren Devon. Fahne sind somit wahrscheinlich älter als die Samenpflanzen, die erstmals im oberen Devon auftraten. Merkmale Die Fahne besitzen alle Merkmale der Gefäßsporenpflanzen. Sie haben eine besondere Form der Gefäßbündel. Das Protoseilim ist auf bestimmte Lappen des Seilimstrangs beschränkt. Daher kommt auch der Name Monilophyta. Lateinisch Moniliformis bedeutet halsbandförmig. Alle rezenten Vertreter haben auch eine spezifische Insertion im Plastigen-Gen-RPS4 von neuen Nukleotiden. Verbreitung Fahne sind weltweit verbreitet. Sie kommen bis auf wenige lichtliebende Arten fast ausschließlich an schattigen und feuchten Plätzen im Wald in Mauerritzen, Feldspalten und Schluchten an Bachufern oder ähnlichem vor. Den Verbreitungsschwerpunkt haben die Fahne in den Tropen. So findet man im tropischen Regenwald zum Beispiel die größten Fahnenpflanzen, die Baumfahne. Systematik Die Fahne werden nach der hier verwendeten Systematik von Smithel in vier Klassen unterteilt, die alle monophyletisch sind. Klasse Psilotopsida Ordnung Ophioglossalis Familie Natanzungengewächse Ordnung Psilotails Familie Gabelblattgewächse Klasse Equisitopsida Ordnung Equisitalis Familie Schachtelhelmgewächse Klasse Marathiopsida Ordnung Maratialis Familie Maratschese Klasse Echte Fahne Ordnung Osmundails Ordnung Hymenophilales Ordnung Gleicheniales Ordnung Schizels Ordnung Salviniels Ordnung Baumfahne Ordnung Polypodialis Für die Gliederung bis auf Familienebene siehe echte Fahne fossile Gruppen, die an der Basis der heute existierenden Fahne stehen, sind. Kledoxylofsida Pseudosporuchnalis Iridopteridalis Frühe fahnähnliche Pflanzen Raka feitels Goenopterin Stauropteridalis Zygopteridalis Bildergalerie Punkt 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 Belege Der Artikel beruht auf folgenden Unterlagen. Peter Sitte Elmar Weiler Joachim W. Kaderreit Andreas Bresinski Christian Körner Lehrbuch der Botanik für Hochschulen Begründet von Eduard Straßburger 35. Auflage Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg 2002 ISBN 3-8274-1010X Ellen R. Smith-Kathleen M. Pryor Erik Schüppelz Petra Korall Harald Schneider Paul G. Wolf A. Classification for extern Ferns In Taxon Band 55 Nr. 3-2006 ISSN 0040-0262-S705-731 Abstrakt-PDF-Datei Nele Wellinghausen Fahnpflanzen Bestimmungsschlüssel für alle heimischen Fahne, Bärlapattigen und Schachtelhalme Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung Hamburg 1997 ISBN 3-923-376-138 Einzelnachweise AB LNR Smith-Kathleen M. Pryor Erik Schüppelz Petra Korall Harald Schneider Paul G. Wolf A. Classification for extern Ferns In Taxon Band 55 Nr. 3-2006 ISSN 0040-0262-S705-731 Abstrakt-PDF-Datei T. G. Tutten N. A. Burgess A. O. Schatter J. R. Edmensen V. H. Highwood D. M. Mure D. H. Valentine S. M. Walters D. A. Web Flora Europei Zweite überarbeitete Auflage Vol. 1 Pselotasse Etoplatana K. Cambridge University Press Cambridge New York Melbourne 1993 ISBN 0-521-41007X Karl-Ulrich Kramer Illustrierte Flora von Mitteleuropa Pteridophyta Spermatofyta Begründet von Gustav Hegi Dritte Völlig neu bearbeitete Auflage Band 1 Teil 1 Pteridophyta Paul Parry Berlin Hamburg 1984 ISBN 3-489-500-20202 Joost Fitschen Franz H. Meyer Ulrich Hecker Hans Rolf Höster Fred Günther Schröder Gehölz Flora Ein Buch zum Bestimmen der in Mitteleuropa wild wachsenden und angepflanzten Bäume und Sträucher Mit Knospen und Früchteschlüssel Zwölfte Überab Und der RG Auflage Quelle und Emptmeyer Wiebelsheim 2007 ISBN 978-3494-0422-7S Sechste Thomas N. Taylor Edith L. Taylor Michael Krinks Paleobotanii The Biology and Evolution of Fossil Plus Zweite Auflage Else 4 Academic Press Amsterdam unter anderem 2009 ISBN 978-012-3739-728-S 401-405